Es war in einer schmülen Sommernacht im Restaurante von Al Carbonara, dem Vater des organisierten Erbrechens. Familie erzählt an der Patrone, von der Cosa Nostra und von Quanta Costa und von Onkel Al Capone. Die Nadelstreif-Signori weinen bei der Story und ihnen wird's uns herz' ganz schwer. Und Gino sagt zu Mira, rück deine Lira, Fira, der Chianti ist schon wieder allein. Heiße Nächte, heiße Nächte in Palermo. Und Bechana, Sizilianer von Dantumana. Heiße Nächte, heiße Nächte in Palermo. Und Bechana, Sizilianer von Dantumana. Der Patrone sagt zu Mira, erinnert sich an Fira. Die Camorra, der Herr Forra, der Minister, wir waren alle wie Geschwister. Trotz auf die Mira, zum Patrone, bis Bled in der Melone. Die Prozente und Präsente für die Geschwister waren aber auch nicht ohne. Mit die Carabinieris, wo's gar nicht so lang her ist, war früher alles halb so schwer. Doch die neuen Kommissare kann man nicht bagarre, so wie damals, so wird's nie mehr. Und Bechana, Sizilianer von Dantumana. Bechana, heiße Nächte, heiße Nächte in Palermo. Und Bechana, Sizilianer von Dantumana. Bechana, heiße Nächte, heiße Nächte in Palermo. Bechana, 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 heiße Nächte in Palermo.